Vivi droppt von DC die nächsten NFTs und zwar sehen wir nämlich hier Batman Blue and Yellow, die Ergänzung zu der Black and White Edition. Außerdem gehen wir noch am Ende einmal natürlich auf den kommenden Comic Drop ein, das auf jeden Fall heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin sein Kämpfer, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest. Und ich entschuldige mich auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal, dass ich das ganze Video erst so spät bringe. Das Ganze ist gestern Abend schon rausgekommen, ich war aber einfach leider im Tagdienst und konnte dementsprechend leider über zwölf Stunden lang nichts machen bzw. kein Video hochladen. Dafür kommt jetzt aber das Video und ich wünsche dir aber jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit diesem ganzen Video. Schauen wir uns auf jeden Fall als erstes mal den DC Batman Blue and Yellow Drop an und das ist ein ganz besonderer Drop. Denn hier werden wir insgesamt vier Charaktere aus unterschiedlichen Serious-Szenen bzw. unterschiedliche Batman-Varianten. Und ich würde sagen, wir beginnen auf jeden Fall auch direkt. Das Ganze startet am 13. Dezember und es gibt auf jeden Fall eine sehr interessante Utility, die wir uns auch direkt anschauen. Und zwar die Utility für die einzelnen Collectibles. Schauen wir uns lieber bei den Collectibles an, dass ihr direkt auch ein Bild dazu habt. Der Batman bzw. der Todd McFarlane Batman mit einer der bekanntesten noch tatsächlich das erste NFT auf Vivi. An dieser Stelle natürlich nicht das erste, sondern im Prinzip nur die Variante in blau. Dieser ganze Drop wird am 13. Dezember um 21 Uhr deutscher Zeit droppen. Das heißt Public für alle. Und an dieser Stelle wird es einen Listenpreis von 100 Gems haben. Außerdem eine Edition-Zeit für nur 250 Stück. Das Ganze ist außerdem eine Ultra-Reals-Edition und die Utility ist hier, wer das ganze erste Batman-Set hält. Der bekommt einen Redeem-Code und mit dem hat er sozusagen eine Reservation. Das heißt, er kann schon vor dem Drop im Prinzip hier das Collectible sich kaufen. Finde ich eine sehr coole Lösung und bin ich auch an dieser Stelle richtig für die Leute, die sich nämlich dieses Set geholt haben. Ist das meiner Meinung nach auch völlig in Ordnung. Dann schauen wir uns auf jeden Fall das zweite Collectible an. Das ist nämlich der Jim Lee Batman V3 an dieser Stelle. Auch ein sehr cooles Collectible meiner Meinung nach. Hier ist die Utility. Wenn ihr das komplette Black & White Series 6 Set voll habt, dann werdet ihr auch wie beim Todd McFarlane einen Redeem-Code bekommen per E-Mail. Und mit dem könnt ihr den ganzen Drop schon vor dem 14. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Das ist nämlich der Drop-Tag bzw. auch die Drop-Zeit, an dem das Ganze droppen wird. Der Listpreis wird hier an dieser Stelle nur 50 Gems betragen und eine Edition-Zeit von 3000 Stück haben. Außerdem eine Rare als Rarität sein. Schauen wir uns als Nächsten mit einer der coolsten Charaktere an und zwar nämlich den Eduard Rissow an dieser Stelle. Eine Secret Rare und dieser Gute hat eine sehr interessante Utility. Und zwar werden nämlich hier die ersten 250 Leute, die sich jemals wie wir gedownloadet haben, belohnt. Beziehungsweise bekommen hier das Ganze als einen Air-Drop. Natürlich nur die Leute, die auch wirklich verifiziert und auch KY-Seed sind. Das ist natürlich ganz wichtig. Ansonsten dieser ganze Drop wird öffentlich am 15. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Der ganze Listpreis wird 100 Gems betragen und eine Edition-Zeit von 1050 Stück. Und eine Secret Rare, das habe ich ja schon erwähnt. Schauen wir uns als Letzten hier den Mike-Magnola-Batman an. Auch eine sehr coole Variante. Und dieser wird im Prinzip die ähnliche Utility haben wie der Rissow. Nur dass der 251. User, der jemals wie wir gedownloadet hat, bis zum 500. User hier an dieser Stelle mit diesem ganzen Collect-Able belohnt wird. Und einen Air-Drop erhält. Dieser ganze Drop wird public für uns verfügbar sein. Am 16. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit. Wird einen Listenpreis von 100 Gems haben und eine Edition-Zeit von 1050 Stück. Und außerdem auch eine Secret Rare sein. Viele Leute werden sich jetzt wahrscheinlich berechtigterweise fragen. Ja, wird dieser ganze Drop denn jetzt überhaupt über Drop-Heist gehen? Oder wird er unter Drop-Heist gehen? Das kann ich euch persönlich echt nicht sagen. Ich bin da super unsicher tatsächlich, was diesen Drop angeht. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, wie eure Vermutung ist. Was ihr denkt. In welche Richtung geht das? Geht das eher nach oben? Geht das eher nach unten? Lasst es mich gerne wissen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Marvel-Comic-Drop an. Und zwar sind wir nämlich hier in Spotlight. Und zwar sind wir hier in Spotlight Hashtag 4. The first appearance of Darkhold as known as the book of Damanant. Und hier werden wir natürlich auch wieder exklusive Rare und auch Ultra-Rare-Cover sehen. Das Ganze wird am 13. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit. Natürlich wie immer im Blindbox-Format droppen. Und so sieht einmal das ganze Comic aus mit den unterschiedlichen Covern an dieser Stelle. Hier auch wieder mit Doctor Strange am Start. Nicht wundern, das Ganze ist wahrscheinlich hier gerade ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ich bin hier gerade aus dem Schnitt und es ist gerade in der Medium-Artikel rausgekommen für das ganze Comic. Und hier sehen wir etwas sehr Interessantes. Denn wir sehen hier den ganzen Drop mit nur insgesamt 5000 Editions. Und das heißt natürlich, dass wir auch generell sehr viel weniger Editions haben bei den Comments, bei den Seagull-Res und so weiter und so fort. Insgesamt werden wir nur 3000 Comments-Cover haben, nur 1125 an Carmen. Außerdem nur 500 Rares, eine Auflage von 250 Ultras und nur insgesamt 125 Seagull-Res. Davon nochmal abzüglich die Comics, die sich Vivi selber einbehält. Also wir sprechen hier wirklich von super super wenigen Comics. Ich persönlich werde den Drop definitiv mitnehmen, weil es einfach sehr attraktiv ist. Das Ganze kostet nur 7 Gems. Also an dieser Stelle wirklich für mich jedenfalls persönlich einen Drop, den ich mitnehmen werde. Aber das ist ja so toll, das ist auf jeden Fall ein interessanter Weg. Ich bin gespannt, ob wir in Zukunft doch mehr 5000 Editions sehen werden als 10.000 Editions. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich werde dich natürlich aber auf dem Laufen enthalten. Und jetzt würde ich sagen, schauen Sie auf jeden Fall nochmal hier die Daten von GoCollect an. Und die sind auch nicht mal gar nicht so schlecht, wenn man das mal so objektiv betrachtet. Eine 9.6 wird ja auch für 1900 US-Dollar versteigert bzw. verkauft. Das ist gar nicht mal so wenig im Vergleich zu den anderen Comics, die wir teilweise in letzter Zeit gesehen haben. Und ansonsten war es das an dieser Stelle tatsächlich auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Video. Mit relativ wenig Infos, denn es gibt einfach gerade nicht so wirklich viel zu besprechen. Aber ich denke auf jeden Fall die nächsten Wochen werden nochmal richtig heiß werden. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt, was da noch so alles kommen wird. Wenn du noch nicht den Kanal abonniert hast, tu das auf jeden Fall jetzt sehr gerne. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.